So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde-Woche-Forder. Es ist der schöne Chinese wieder, weil es eine sehr geile Runde war und ich habe da mit zwei Mets gespielt. Hat allerdings das mal wieder nicht laufen, weil ich das ja so gut vorbereitet hatte. Und es war eine ganz geile Runde, deswegen dachte ich, komm, die nimmst du nochmal auf. Ja, ich will jetzt aber dazu nichts Großes sagen, weil im Großen und Ganzen erklärt sich das alles im Grunde von alleine, was da passiert. Wenn da etwas unerwartet ist, dann sage ich mal, erwähn ich das. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Also von dem her wünsche ich euch einfach viel Spaß damit. Wir sind jetzt, es kommen jetzt zu euch. Und insgesamt wären es noch mit den Chinesen, glaube ich, vier gute Rundenwands, die es waren in den Server-Reviews. Ja, und wie gesagt, ich wünsche euch nochmal viel Spaß und hoffe, es gefällt euch und dass ihr auch frohe Weihnachten hattet. Ich kann ja mal die Plaketten ausmachen. Obwohl, ja, wie sieht eigentlich anders aus. Obwohl, so sieht man auch, wird besser, was ich übersehen habe. Ja, das war die anderen. Falls ich das würde, ja. Ja, einfach mit einem Gehweg gemacht. Das war's. Ja, jetzt war's. Ja, jetzt war's. Ja, jetzt war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020